Die sagt ja, wir sind alle Verschwörungstheoretiker. Dabei sagt sie immer, dass alle Mahnwachen in Deutschland kodierte Worte miteinander benutzen. Sorry, so eine Verschwörungstheorie habe ich noch nie gehört. Also echt. Ich weiß nicht, was die geraucht hat manchmal. Entschuldigung. Und das Lied heißt Verschwörungstheorien. Oh, wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Wir haben Zeit. Meine Lämmung, Eugenik, die Bote Horizon, Bilderwager, wenn wir schon dabei sind. Ungeldschutz, Terror, Globalisierung. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Verschwörungstheorien. Geistern durch die Köpfe. Wann wird es geschehen? Ungeldschutz, Terror, Globalisierung. Auf diese Welt, auf diese Welt Acht zu geben. Egal, egal was jetzt wohl stimmt. Ich ziehe. Ich ziehe meine Schlüssel, was kann ich nur tun? Ich stelle. Ich stelle dies und das in meinem Leben um. Schau achtsam, was ich brauche. Und wundere mich sehr. Welcher Gaukelei lieb' ich mein Leben lang hinterher? Hinterher. Hinterher. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Irgendwer verkauft uns hier für dumm. Für dumm. Für dumm. Dankeschön. Ja, mir ist gerade aufgefallen, er mich sehr...